Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Silent Hill. Ja Leute, in der letzten Folge haben wir... Ich habe vergessen was passiert ist, aber scheiß drauf. Lass ein Abo, lass ein Like, das wird mich sehr freuen und wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Ja, er klemmt ja im Arsch. Ich soll das Krankenhaus durchsuchen. Mann! Hm. Ja. 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 Wieso klemmt das beschissenes Schloss? Wieso klemmt das Schloss? Ich nix verstehe So Das kann doch nicht wahr sein Das kann doch nicht wahr sein Oh Was hat das denn jetzt? Was hat das denn jetzt? Was hat das denn? 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 Ein Fernseher, Videorekorder, es ist alt, aber Klappekatze und noch brauchbar. Ja komm her Katze, Videorekorder. Geh weg, geh weg! Zum Glück habe ich gespeichert worden. Oh, die ist aber stark ey. Die ist aber stark. Es ist oft klüger, Gegner von Harry nicht anzugreifen, anstatt Munition zu vergeuen. Es ist manchmal zweckenmäßig die Flucht zu entflogen. Ja, ja. Oh, Katze. Katze, du Katze, du. Komm doch halt zu mir. Sei doch nicht schüchtern. Bleib hier. Hallo? Oh. Komm, komm her. Das ist nicht schüchtern. Oh. 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 Da kommt der Böcke schon auf diese Idee. Eine Stahlplatte ist an die Wand geschraubt. Ja, da brauch ich einen Schraubenzieher. Oh, eine Wachmaschine! Hier sind mehrere Trockner in Angriff glutzlos. Okay, ich speichel mal das hier mal. Komm her! Komm her, du stündigst! Oh! 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 Aaaaaaah! 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 Kommt ein so einer auf die Dinnliche Idee, ey! Eine Stimme der... Eine Stimme... Hehehehehehe! Einen Moment, Leute! Einen Moment, Leute! Und eine Stimme der Ere... Das ist ein Claudius. Und ich hab's zuvor, ich hab's zuvor. Und ich hab's keine Thematik. Oh, der ist ja egal. Und ich hab's nicht verliebt. Oh, der ist ja die Treppe. Aber ich habe Getschen, die ihr hier in Gleitere ist. Und ich habe den letzten Prozess. Und ich hab's nicht zuvor. Bluttransfersoren Bluttransfersoren Da ist eine Katzenplatte Mitnehmen Ja Bluttransfersoren So, dritte Opus untersucht So, eine Türke Ja genau, genau die Fresse Ach, der Scheißhaus Zu Nächster Scheißhaus Bei Männern, ja, klar Bei Männern ist er immer offen Eine Schildkrückenplatte 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 Schildkrückplatte Schildkrückenplatte Schildkrückenplatte Okay, weiter geht's. 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 Ah, was ist das? Okay, Lydia, 35 Lydia, Trevor F., okay, Albert Lotz, Roberta T. Morgan, Albert T. The Bridge. Ah, was ist das? Okay. Ah. Ah. Ah, das ist Ding. Okay. 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 Oh, mein Gott. Geht's er nein. Oh, wow. Oh, wow. Aber das ist wirklich erstmal. Verdammt. Ach, Mann. Oh, Mann. Es ist ein Geräusch hinter der Tür. Oh, Mann. 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 Vielen Dank.